ok hallo herzlich willkommen zu super mario kart mit meinem kollega jetzt musst du was sagen ja ok ihr habt ihn gehört so und zwar haben wir was ganz richtig hartes vor wir wollen nämlich die ganzen cups durchspielen da man das ja auch wunderbar zu zweit machen kann und auch beide player die dinger kontrollieren können würde ich sagen fangen wir doch mal an sich natürlich ich bin mario weil ich bin halb mario random nehmen kuppa truppe das aufgeregt über den seinen namen ok der schild war ja das was er von der erste cup ist irgendwie schon gemacht das ignoriert immer wir fangen nämlich richtig an und natürlich versuchen wir kooperativ zu spielen was natürlich heißt wir versuchen uns auch gegenseitig nicht in die scheiße zu reiten nicht wahr ja genau so und du bist ja ach ja du bist ja ich gucke auf luigi so ein pech aber auch mit ihr fährt scheiße erkannt ja das ist zwar so habe ich dann noch mal genau egal ich muss immer mal hier an dem mario nehmen pass auf hier wird nach hinten ja die in diesem spiel werden ja auch hingelegt die kuppa scherz und nicht hinten geworfen alles schön schütze oh cool oh god das klang interessant irgendjemand ist irgendwo rein so und wie gesagt den cup musste ja nur einer von uns gewinnen hauptsache man kriegt dann die gold und wir hier im pokal sonst wird vor dem wir zufälliger weise schon haben ja nein ja boost niemand der steht nur da zu zeigen das könnt ihr gewinnen wir brauchen zwei davon richtig ja wir brauchen ja beide ein bisschen also noch sieht es gut aus definitiv nicht so ach da ist der dicke Bowser hier im Weg du bist eh noch ganz klein so und gewonnen Alter du bist du nicht so schnell ich bin Mario ich darf alles pass auf was war denn das für eine Kugel das war soll ich was Bowser werfen kann und das dreht also es bewegt sich so aber das ist mies hä wie wirft denn der das also die also in diesem Spiel haben die Gegner noch keine richtigen Items die die durch diese Dinger da aufheben sondern die haben immer unlimitiert an einer Sache Peach kann zum Beispiel um Peach und Todd können Pilze werfen die einen kleinen machen äh Donkey Kong hat unendlich Bananen und der der kann also Feuerdinger werfen sind sehr gefährlich ah das erklärt das meiste jo oh shit oh scheiße die Kurve die ist fast die ganze Strecke die ist ein bisschen schwer zu kurven hier ja man rutscht so hin und her ja das ist gar nicht nett ah das war schon die erste Runde ja und du bist schon wieder bei der Brücke ey ja das ist unmenschlich du bist auch bei der Brücke ja jetzt aber du warst gerade eben schon bei der Brücke ja oh das war knapp ach ich jetzt driften ist hier übelst lustig ja man kann gar keinen Drift Bonus Boost sonst hat man nein sonst Bonus Boost nö dann gibt es nicht boah ich bin so schlecht 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 ouch so ah der 50er ist ja nix im Vergleich zu den späteren wundertstinkt sich oder so und dort wird weiter geht man nicht so oder dort doch den 150er den Spielmann frei ja ich hasse es was machst du denn da ich bin Fan von Greenpeace wettet das da Greenpeace Alter oh ich hab dafür hab ich hier eigentlich was so ne ich schalte hier einfach ein Rücken frei jetzt bin ich klein keine Sorge nein oh Gott ich bin platt ich hätte ich beinahe überrundet und jetzt kommen sie alle hier angegedackelt ja komm noch einer jetzt werfen die mich alle ab ich darf bloß nicht in den Ziel rein du bist beliebt Mensch ok endlich Rode auch mal Zeit du bist du nur so schnell du kannst das ich dringend Mario lässt sich mal einfach steuern ne nicht wirklich der ist genau wie Luigi also den hast du schon ausprobiert aber ich hätte noch locker 20 Sekunden vorher drin sein gönnen Mensch oder 10 so alle freuen sich naja zumindest die ersten 4 freuen sich der Rest der rutscht hinterher mhm kann sein es gewinnen immer die ersten vier äh festgelegte Reihenfolge ganz klar ja es gibt wirklich eine festgelegte Reihenfolge na es hängt vom Charakter ab den man nimmt dann gibt es eine feste Reihenfolge und wenn man zu zweit spielt wird immer die vom Spieler 2 gewertet die Reihenfolge oh geile Feder ja jo das ist ein Strand sorry ja danke versuch mich noch abzuschmeißen hier kann ich da jetzt ich komm da nicht rüber ne ne du hast keine Feder du darfst nicht find ich ungerecht oh oh noch ne Feder geil ich hab nen Grün Panther und die ist ein Panzer so ok wo wo ok die eine Kurve ist ein bisschen schwierig oh Gott schade nur Geld 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 ist auch gut also noch mehr Geld und nö ich bin so alle überholt nicht ja nur noch 5 ne warte wenn ich jetzt 5 so bin es heißt wir sind vor mir und du warst aber schon vor mir also habe ich drei verholen jemals blöch blöch los weg damit nö 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 so auch noch mehr Geld nö n kann sein dass die Fragezeichenblöcke nicht nö nö die Sport nicht mehr das ist nö große Marke nö wo kleiner Leck aber es geht nö oh Gott ja wir werden den zweiten wegschießen können vor dem zu ziehen nö na wessen überhaupt zweite Luigi Luigi oh ho 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 da ist aber schreiengarten und hat mich gestoßen au das ist richtig richtig schreiengarten ja skill wartet will ich mal sehen wie knapp war das ja paar Millisekunden kannst du ja sehen 1 6 3 67 und 72 nicht übel 5 Millisekunden schneller als der ja wobei ich hatte das mal das war auch auf der guten alten Super Nintendo Zeit da ich das echt mal bin ich zeitgleich mit dem Mann irgendwie ins Ziel gerast aber glaub ich immer noch gewonnen von uns ja ja das spiel ich schon voller Bugs langsam komisch hinter die Steuerung Ohr dann nimmt das Bußfeld ey jetzt auch kein Gas na wenigstens schubst du mich jetzt nicht mein ich da war ne ne diesmal nicht ich krieg die Steuerung schon noch raus keine Sorge dann fahr ich mit dir da vorne rum oh shit du warst schon ganz schön weg oh Gott das hab ich schon na gut nein nein ja jetzt hängt sich darin auf dass es wenn man einmal drin ist dann komm mal da komm raus das ist voll mies oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott der rutscht noch übelst weit sein nicht weg nach umgrifflich äh leid komm auf die Strecke zurück auch Mensch GAS 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 so geht doch schon wieder Luigi was stirb ah scheiße Steinaufgang nein die Wände so Mensch diesmal hab ich nicht ganz zu viel Skill bewiesen bis jetzt ein bisschen das ist das Dumme weil sich die Welt dreht und nicht die Figur irgendwo hin ja man kann es gar nicht abschätzen gut du ich jetzt mal erzählen warum ich es nicht kann ah arg oh ich meine dieser Stein ey der macht mich noch fertig böser Stein das soll sie Naja. Mach ich aber auch keine Hände. Boah. Super. Boah. Okay. Auf welchen Platz ist der Tod gelandet? Siebter. Immerhin. Oh, du warst elf Sekunden schneller als ich. So. Eine Strecke kommt ja noch. Immer fünf. Gut. Hm. Die Strecke. Das ist nicht diese komische Acht? Ähm. Ja. Ja. Ja, das ist Spaß. Wie du ganz von mir, Alter. Okay. Ich singe mich nicht lustig. Jo. Ah, Dreck. Hm. Fiese Kurve. Diesmal schaffe ich es vielleicht auch. Oh, ich habe es sofort rüber geschafft. Eine erste Runde. Meine erste Runde. Oh, ist das cool. ein Pilz wäre immer ganz nett und Luigi Och, ne, schon wieder die Geilte noch mit geilen Items rum Warte, du musst ihn kurz vor der Schanze einsetzen, dann kriegst du einen Turbo-Boost Okay, versuch's mal Ja, okay So etwa, ja Toll Ach, Dreck, jetzt soll ich auf deinem Bildschirm angucken Dann sowas Das ist das Miese, wieso kann ich auf deinem Bildschirm aufsehen Ich will nicht Ich kann deinen aufsehen, das ist nur gerecht, wenn du meinen siehst Ja, da ist was dran Nein, das Donkey kommt ganz hinten und da ist Ey, ich krieg ja nur solche dreckigen Münzen Ich hätt auch gern einen Pilz Hm, ich würd dir einen geben, wenn ich einen hätte, aber schaff keinen Ja Gehst du zum Pilz, Lila, deines Vertrauens und stellst dich Um schon wieder durchs Ziel zu fangen Ja Das liegt bestimmt, weil du nur am Mario Kart Wii zocken willst, da kannst du das witzeln Oh man, die Steuerung und so ist komplett anders Ja Und das ist das Miese, wenn du erstmal nur solche, die heutigen Mario Kart Spiele kennst und dann sowas altes zockst Total ungewohnt Sehr schön Ja Das ist wieder ein Alkohol Ja, ja Schönes, äh, Glässe Insekt Und dann eine ganze Flasche gleich POP Yes Da freuen sich alle Oh Congratulations Gut, Mario wins the gold, great race Ja Und weiter Ja, ich würd nur sagen, ja, wir müssen das jetzt immer so in Episoden unterteilen Ich würd sagen, das war's für die allererste Episode hier von den ganzen Spaß Wir nehmen das, glaub ich, ein bisschen am Stück auf, aber ihr dürft das nicht erfahren Also bis zum nächsten Mal Bis dahin Bis zum nächsten Mal